Hallihallo! Wieder heute mal was Neues von den Gena Sisters. Wir spielen auf Normal und ich würde sagen einfach mal die Nummer 3, Gurglewocky, was immer das auch bedeutet. Und fang an mit dem Flauschwolkenberg. So, okay, los geht's. Achso. Okay. Guter Start. Ich lach mich tot. Okay, neuer Versuch, Blase raus und hoch geht's. Okay, das sieht schon besser aus. So, die Blase steuere ich mit X. Drücken, 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 geht's so hoch. Nicht drücken, geht's so runter. Ja, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. So. Da sind noch zwei. So. Ach, die kann ich auch noch nehmen. Gut. Kann ich noch höher hinaus? Ah, okay, toll. Gut, da ist meine Blase schon mal weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das für ein Start hier? Nochmal. Blase. So, jetzt wissen wir ja den Weg. Ich dreh durch. Ich dreh durch hier. Diese scheiß Blase jetzt einmal noch. Dann höre ich auf. So. Blase und hoch. Kann ja wohl die Wahrheit sein hier. Ah. Achso. Okay. Die Wolken tragen mich. Das wusste ich nicht. Das ist schön. Zack. Die nächste. Uh. Von Wolke zu Wolke. Oh, gefährliche Stachel. Na. Zack. Oh, jetzt. Okay, nochmal. Beut, geh doch mal zum Kaugummi-Automaten. So. Okay, schön. So. Zack. Runter gucken. Alles okay. Super. Oh, bin ich eine Trantüte. So. Jetzt war ich so fokussiert auf Kristalle einsammeln. Ach, jetzt schon wieder. Ich dreh durch hier. Ach, nee. Okay. So. Okay, dann muss ich irgendwie hochschwingen. Sehr schön. So. So. Kommt wieder so eine Dicke. Federtussi. Zack. Ach, schön. Gut, dann twisten wir mal ein bisschen. So, ist schön. Oh. Okay. Zack. Ne, da gibt's nicht weiter. Okay. Aber hier. So, weitergekommen. Sehr schön. Machen wir mal so. Weg ist er. Da ist er wieder. Weg ist er. Okay. Sehr schön. So. So. Hier sind wir. Oh. Hier nochmal gucken. Ich hab ich da auch nicht irgendwas vergessen. Ne. Okay. Genau. Da haben wir wieder unseren schönen Blasenautomaten. Blub. Blub. Na. Genau. Und los. Mit Gefühl. Immer drücken. 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 Ah. Okay. Ne. Okay. Bekannt. Und weiter geht's. Mensch, ich hab einen Lauf heute. Super. Super. Hoch mit dir. Kommt. Die gelben holen wir uns auch noch. So. Ne. Komm, den probier ich. Gefühlvoll. Langsam. 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 Ja. Hoch. Hoch. Okay. Ne. Das ist doof. Och, schöner Schneemann. Hä? Okay. So. Ähm. Mal runtergucken. Ach Gott, oh Gott. Ich denke mal, da müsste ich twistern. Da sehe ich aber oben noch die Kristalle. Och. Baby, komm. Ach. Jetzt hab ich zu spät gedrückt. Och, schau hier. Ein Blasenautomat. Nein. Okay. So. Sehr schön. Oh, das ist wie ein Weltmeister hier. So. Langsam. Boom. Naja. Was sie kaputt machen. So. Oh Gott, da muss ich den ganzen Weg hoch gehen. Also geht es doch nicht ohne Blase. Hopp. Bisschen beschleunigt hier. Oh. Achso. Okay. Oh. Riesenkristall. Sehr schön. Kuckuck. Das hab ich jetzt grad nicht begriffen. Jetzt schon. Okay. Juhu. Juhu. Ja, immerhin. so dann machen wir noch die smrack klippen und dann denke ich mal reicht es auch wieder mal schauen auch die musik kenne ich doch noch sehr schön das kann ich überhaupt nicht leiden auch gott so und über sie gar nicht mehr durch so also geil gemacht muss ich ehrlich sagen und dann die mucke noch oder wenn erinnerung war so jeder wollen wir mal da lang und da so schon mal weiter gekommen da war das mitfallgelegenheit schmeckt warten scheiße ach so ok das ist sehr schwierig moment mal das hier für zu da kommt es so ok jungen hoch fahren wieder hoch ich drehe ruhig hoch runter tot nein noch gerettet jetzt aber was mach ich denn hier für ein quatsch ich krieg ein zu viel hier man so jetzt ist hier wieder schluss so ist das blöde kommt das ist echt schwer darauf ach jetzt noch mal wieder hoch jetzt kommt der hopp nein ich drehe durch aber es ist auf jeden fall eine herausforderung so wieder hoch zack so wir wollen ja hoch so jetzt kommt der nähe du hübscher morgen immer hoch hier oh baby so nein wieder also zurück zur basis warten schweben scheiße ist das schwer so warten nein ich drehe durch wieder hoch das übersteigt echt hier meine Fähigkeiten warten wir gut wo ist der nächste ja das könnte was werden ach Gott jetzt kommt verdammte scheiße hier ich bleib hier hängen jetzt falle ich wieder in nein das ist doch ein Käse wieder die gleiche scheiße das ist eine ratze hoch verdammte scheiße ich bin euch was oben ich habe das schon das ende gesehen verdammt noch mal nein das kann nicht wahr sein warten 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 nein auch mein gott ey das ist da ich da hast hier drauf warten da kommt der darauf nein nein das wird das dauert eine weise wieder so wieder darauf ich krieg noch mal da aber die musik ist schön so bitte ich möchte gerne weiter kommen verdammte scheiße hier das kann noch nicht wahr sein ich habe leider noch kein system richtig entdeckt springe ich einfach mal lass mich treiben so jetzt kommt doch bestimmt da genau so jetzt versuche ich hier so kommt der kommt da ja ok verdammte scheiße dort also da habe ich mich auf jeden fall sehr sehr schwer getan hier mein gottes aber ich habe bewiesen dass es dass man es schaffen kann man darf halt nie aufgeben so was haben wir hier wieder gefährliche ecke ach gott doch gott ich denke da sollte ich nicht auf so schön okay wechseln runterfahren aber jetzt nicht gecheckt irgendwie so ach leute so was ist denn das hier also runter nee da wollen wir nicht lang genau wir lassen uns einfach so untertreiben super da so lang okay so jetzt will ich wissen mache ich das vor ich drehe durch jetzt habe ich wieder so eine geile stelle hier teule aber niemals aufgeben ja ja sehr schön nicht schlecht ja und jetzt ist schluss jetzt komme ich nicht weiter oder mit pust abbauen hier so schön aufgeräumt zack schön einsammeln so gucken okay hier komme ich auch nicht weiter okay also wieder weiter runter dann gucken wir mal hier lang okay ist ungenischt und jetzt auch so so das ist auch wieder so eine geile stelle So sind Kiener und so sind welche. Gut, das soll es gewesen sein, wie man merkt, der Schwierigkeitsgrad oder sieht langsam etwas an. Ja, ich will euch ja nicht langweilen, aber auf jeden Fall, ich kann es dir empfehlen. Coole Mucke, nicht ganz so einfach, ist auf jeden Fall mein Spiel wert. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen, euer Gregor, ciao.